Ho, 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 meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen im heutigen Türchen meines Adventskalenders. Wir reisen nach Südafrika. The Wonderful Wild von Gesa Neitzel ist das zweite Buch der Autorin. Vor zwei, drei Jahren gab es Frühstück mit Elefanten. In diesem Buch haben wir miterlebt, wie Gesa Neitzel von Berlin nach Südafrika in die Wildnis geht, dort Rangerin wird und uns da wirklich mitnimmt in ihrer Ausbildung, in den Begebenheiten vor Ort. Ihre erste Begegnung mit den Wildtieren und ja, natürlich auch mit den Menschen vor Ort. Und in The Wonderful Wild erwartet man vielleicht einen Ranger-Bericht, wie so eine klassische Safari-Woche aussieht oder ein Leben vor Ort und das ist es aber gar nicht. Natürlich hätte ich mich darüber auch gefreut, denn ich verfolge Gesa Neitzel auf Instagram, sehr interessiert. Freue mich immer, wenn es da neue Bilder gibt, neue Gedanken gibt, neue Ideen gibt. Aber ich hätte es tatsächlich ein bisschen langweilig gefunden, wenn wir einfach nur so eine Art Reisebericht über eine Safari gehabt hätten, denn davon gibt es genügend Bücher. Gesa Neitzel macht etwas anderes, denn sie packt ihre Gedanken zum Umweltschutz, Tierschutz, Menschenschutz und auch einfach Weltenschutz in ein Buch und fasst das so ein bisschen mit ihren Erlebnissen natürlich, die sie in Afrika, die sie als Ranger hat, die sie auch mit Gästen hat, in diesem wunderbaren Buch zusammen. Mir hat damals schon Frühstück mit Elefanten unglaublich gut gefallen. Ich fand Gesa Neitzel eine super sympathische Autorin, ein Mensch, der Dinge denkt, die ich total faszinierend fand, die auch wunderbar zu Wort gebracht hat, wiedergeschrieben hat und die mir wirklich sehr viel gegeben haben, mir sehr viel bedeuten und die mich auch nachhaltig einfach im Grunde immer wieder berühren. Und ich war total erfreut, als ich damals irgendwo auf Insta mitbekommen habe, oh, da gibt es ein neues Buch von ihr, hat mich mega gefreut, dass sie ein zweites Buch schreibt und man war natürlich über Instagram so ein bisschen mit dabei, wenn sie mal eine Schreibpause sozusagen genommen hat oder eine Pause zum Schreiben, je nachdem, wie man es sieht und ich war total erfreut, dieses Buch zu lesen. Ich habe es ursprünglich als E-Book gelesen, habe aber dank der lieben Kerstin Merkel, liebe Grüße an dieser Stelle, ein signiertes Exemplar bekommen, denn Gesa Neitzel war zur Frankfurter Buchmesse in Deutschland und auch bei Hugendubel unterwegs und ja, da hat die liebe Kerstin an mich gedacht und dieses Buch signieren lassen und ich habe es dann bekommen und freue mich darüber wirklich mega und deswegen darf dieses Highlight-Buch natürlich jetzt auch in meinem Regal stehen. Was macht dieses Buch zu einem Highlight-Buch? Es ist einfach die Message, die Nachricht, was Gesa Neitzel uns mitgibt. Dass es eben auch nicht nur ein Schwarz-Weiß gibt. Es gibt nicht nur Gut und Böse, es gibt nicht nur Tierschutz gegen Menschenschutz, sondern dass wir eben alle eins sind. Dass die ganze Welt nur funktionieren kann, wenn alle diese Rädchen richtig gedreht werden, wenn jeder ein bisschen irgendwie in eine Richtung sich verändert, in die richtige Richtung dreht und dass das alles zusammengehört. Dass eben durchaus auch mal etwas ganz schlecht laufen muss, damit danach wieder etwas Gutes daraus entstehen kann, so ein bisschen wie ein Phönix. Und Gesa Neitzel hat sehr bewegende, sehr bedeutende Gedanken, wie ich finde. Sie spricht viele Dinge aus, wo man sich denkt, ja, sehe ich genauso, denke ich genauso. Man traut es sich manchmal, aber gefühlt gar nicht. Bei all diesen Dingen, die zur Nachhaltigkeit und Umweltschutz und Tierschutz gerade so in der Welt oder vielleicht gerade auch bei uns in Deutschland so gedacht werden, ausgesprochen werden, es gibt nur eine Meinung und Gesa Neitzel unterstützt viele dieser Meinungen, kann das eben auch aus ihrer Erfahrung, die sie in Afrika macht, bestätigen. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die sie wahrscheinlich total absurd findet und das dann eben auch ausspricht. Zudem funktioniert Afrika natürlich auch ganz anders wie Europa, wie Deutschland. Und auch das erfahren wir. Wir erfahren auch, was es zum Beispiel mit dem Elefantenhandel, Bestand, Abschießen zu tun hat, wie das seine Wege geht, wo das herkommt, was man dagegen tun kann, wie hilflos manchmal man auch vor Ort ist. Und das packt sie wirklich in Gedanken, in Worte und zeigt uns das eben auch mit Taten, über die sie dann berichtet, die ich super interessant und spannend fand. Also mir hat dieses Buch unglaublich gut gefallen, mir haben ihre Gedankengänge gefallen, mich hat es wieder sehr berührt und auch es heilt nach wie vor in mir nach. Und man sieht manchmal dann die Welt doch wieder mit anderen Dingen und nicht ganz so negativ, wie sie uns oft gezeigt wird. Und ja, ich glaube, das ist tatsächlich eigentlich das Wichtigste. Zudem gibt es hier drin natürlich auch ein paar Bilder, also das fand ich sehr, sehr schön. Die sind jetzt natürlich hier in Farbe, die habe ich mir, als das Buch ankam, dann auch direkt nochmal angeschaut, weil sie im E-Book natürlich nur schwarz-weiß waren. Absolute Empfehlung, hat mir unglaublich gut gefallen. Wird auch nicht das letzte Mal sein, dass ich dieses Buch gelesen habe. Und das war es jetzt schon, das 17. Türchen. Ich wünsche euch heute einen schönen 17. Dezember, jetzt ist es ja gar nicht mehr lange, bis zum Heiligabend, wünsche euch weiterhin eine schöne Adventszeit und bis zum nächsten Türchen. Macht's gut!